Hallo Leute und herzlich willkommen im LinkedIn Video. Heute wollen wir ein Video mit euch machen und zwar Also ich habe beim letzten Video gesagt, dass ich ein Info mache. Vielleicht habe ich das nicht gesagt. Doch, vielleicht. Ich habe gesagt, dass ich ein Infovideo drehe für Vietnam, weil ich werde im Sommerferien nach Vietnam mit meinen Eltern fliegen und da mache ich noch ein paar Vlogs und Videos und ja. Ja, es wird so, es würde viele Sachen geben, was ich sagen muss. Ja, falls ihr wisst, ich habe gerade einen Zopf gemacht. Ähm, ja. Ja, ähm, es wird so sein, dass wir nach Vietnam fliegen. Wenn wir fliegen, kann ich auch ein paar Videos drehen, aber nur wenn es geht. Und dann, oh mein Kuscheltier, mache ich noch ein paar Vlogs und so. Ähm, dann habe ich einfach Spaß im Vietnam. Ähm, ja, da kann ich nicht so oft online sein im YouTube. Und ja, ich finde es einfach toll. Ähm, ja, wir werden nach Vietnam fliegen. Und dann werden wir noch viele Sachen erledigen. Und, ähm, ja. Dann drehe ich ganz viele Vlogs mit euch. Ähm, vielleicht kann ich ja auch ein Fans treffen machen. Aber, ähm, nur wenn ich es kann, wenn ich Fans hab. Ähm, ihr könnt ja auch extra nachfragen. Vietnam fliegen. Vielleicht trifft ihr mich ja im Flugzeug, wenn ihr überhaupt nach Vietnam fliegt. Ähm, wir können extra nach Vietnam fliegen. Ich glaube, ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, ihr wisst alle, wo Vietnam ist. Selbst du weiß es. Ich lasse sie mal runter in. Ja. Ähm, wir werden da noch weiter sehen. Und wir fassen uns die Arme und hoffen, dass wir zusammenbleiben. Und ja, ich finde es toll, mit euch ganz viele Sachen mit euch teilen zu können. Und. Ich liebe dich. Ja. Ich habe schon gestern oder so, oder heute, schon ein Video mit den Hunden gemacht. Ich liebe die alle so. Ich liebe die Glubschis. Ich liebe die Glubschis. Ich liebe Glubschis. Ich liebe Glubschi. Ich liebe Glubschi. Ich liebe Glubschi. Willst du mich heiraten? Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir einen Daumen drum oder in den Kommentaren. Und falls ihr es wisst, wer noch nicht mein Video angeschaut hat, der schaut es mir auf jeden Fall nach. Und da sind die anderen Babyhunde. Ich lasse sie mal runter. So, da sind die anderen Babyhunde. Das ist auf jeden Fall kein Babyhund. Ähm, dich. Dich. Ich hätte nicht von dir. Ich hätte nicht von dir. Ich habe gerade eben ein Foto gemacht. Und da hinten ist noch ein. Ähm, schreibt mir natürlich in die Kommentare, ob ich Vlogs mit Tietz machen soll. Tietz fängt schon an zu schlafen. Und ob ich Vlogs mit die Babyhunde machen soll. Oder nochmal Vlogs mit Luna. Ich stelle einfach die Kamera auf. Und dann ab. Hopp. So. 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 Ja, ich kippe dich. Hier ist noch ein Kameras und ja, ich hoffe, ich höre das Video. Ich bin eigentlich zu klein, ich weiß. Warum bin ich hier zu klein? Hallo, bin ich noch da? Okay, ich hole mir einen Stuhl und dann ist das selbe. Ich mache noch ein paar Fotos für die Instagram. Ich lege die alle lieber hier hin. Ich muss eh auf einem Stuhl stehen. Okay. Ähm. Ich gehe lieber näher. Und. Ja. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir einen Daumen hoch. Und in den Kommentaren. Schaut natürlich im Instagram. Kram. Ähm. Dann könnt ihr noch ein paar Sachen sehen. Und ich glaube, ich erstelle bald eine neue Gruppe für Instagram. Und zwar. Ähm. Die Babyhunde und Luna und Tic. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir einen Daumen hoch. Und in den netten Kommentaren. Und abonnieren. Nicht vergessen. Tschüss. Natürlich. Abonnieren. Nicht vergessen. Tschüss.